ja hallo zusammen zur dienstagsfolge von grim dawn also dann auch mal hier wieder raus und mal gucken wo es hier hingeht auch wieder hafen von malmus nicht dass wir schon gewesen wären man ja nicht sagen die sprengstelle kriegen wir nicht auf wenn man hier alles täuscht wir haben glaube ich erst zwei die zweimal dynamit man jedoch nicht so dann haben wir jetzt hier den durchgang geschaffen glaube ich zumindest und nun ist die frage wo es weitergeht weiß noch nicht was hier ist wieso wir hier nicht weiterkommen ich kann es gerade wirklich nicht sagen ja also aufnahme ist jetzt so zwei gigabyte groß gewesen also im prinzip so groß waren sie nach dem rennen auch ja ich denke mal dass es okay ist hätte jetzt noch ein bisschen kleiner erwartet ehrlich zu sein weil die stream aufnahmen sind noch kleiner wenn ich die aufnehmen mit obs ist aber gut was soll es wir schauen ja jetzt weiß ich was vergessen hat trägt nur vor der aufnahme aber gut waren wir dann im anschluss ja jetzt ja 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 das ist das ist irgendwas ja 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 So, die sind auch weg. So, die sind auch weg. Die geben mir echt Füße um den Sack. Eine Waffe mit minus 8 Euro im Schraben, naja ein Leader, das ist ja mal wieder offen. Kein Kommentar. Was war das denn? Nicht nice. Gar nicht nice. Hab ich da irgendwo ein Portal in der Nähe? Da hab ich echt gepennt. Können wir einfach Ticken gehen glaube ich mal eben. Wenn wir schon mal hier sind. Come see what's left of my wares. Ja. Elementarschappen, oh nein. Epische Medaille. 48. Kann man vielleicht überlegen und so. Äh. 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 Ich mich. Lebenskraftsschein, da brauchen wir sowieso Geist für. Da sind wir ja raus. Auf jeden Fall was. Ne. Äh. Unfassbar. Kampfform nutzen wir nicht. Ich hoffe, ihr Feuerblütscher leckt mich. Das nächste Montag-Portal war, glaube ich, echt Ewigkeiten weit weg. Ich kann mich da jetzt auch täuschen, aber... Ach kommt, Jungs, was macht ihr auch alleine, oder? Ja, das ist blöd. Jungs, echt jetzt mal, wenn ich alles selber mache. Wenn man nicht alles selber macht, dann wird das immer nix. Hier, komm, ich hab da was für dich. Ja, ja. Whatever, whoever. Ja, ja. Wieso? Wieso? What the fuck? Hä? Wo kommt denn jetzt her? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Justi her. Vielleicht hier. Haben wir's? Aha. Ah-hah-hah. Normalerweise müsste ich der oben jetzt noch durch. Da hinten sind wir gestorben, da müssen wir mal eben hin und uns rächen, das funktioniert so nicht. Da habe ich auch ein bisschen eine Pen. Das ist ein bisschen eine Pen. Das ist ein bisschen eine Pen. ich muss mal auf ein plexi plexi bitte ich hasse diese dinger die einer verfolgen könnte ich mal eben kurz meine ep wieder haben ja So. Nope. So, das haben wir auch. Oh, schütze. Oh, da geht es nicht weiter, ne? Okay. Brauchen wir des Widerstands. Wir wollten mich jetzt nicht davon abheißen, ich habe auch mitgelegen, oder? Doch, ihr habt es zumindest versucht. Das muss man euch hoch anrechnen. Warum zerstörst du irgendwelche Tore? Hä? Erstmal gibt es hier ein Portal. So, können wir uns mal hier umschauen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich? Hörst du mal auf damit? Ach, das hier ist doch. Ich glaube, da müssen wir noch nicht rein. Ich glaube, da müssen wir noch nicht rein. Wenn ich jetzt sage, behaltet eure weißes Zeugs für euch, klingt das auch komisch. Deshalb habe ich mich jetzt einfach mal ausgeschwiegen. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich habe gesehen von einer Kiste mit ein bisschen Schrott und das im wahrsten Sinne und so. Okay. 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 Was ist das? Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, da geht's offensichtlich nicht weiter. Oh, da kommen sie schon hergerannt. Das war's für heute. Okay. So. Ruhe. Gut, ihr Lieben, das war die Dienstagfolge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute.